Willkommen zu einem neuen Abenteuer mit Marc und mir, Olli. Heute beginnt unsere Schneereise nach dort oben. Aber schau doch hier bei diesem geilen Himmel. Hast du hingefallen? Schon wieder? Schon wieder. Guten Morgen! Willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier. Diesmal bin ich unterwegs mit Olli, der sich gerade unsere schönen neuen Schneeschuhe anzieht, weil hier extrem viel Schnee liegt. Es ist seit zwei Wochen ununterbrochen Sonnenschein hier in den Bergen und heute ist der einzige Tag, wo es bewölkt ist. Aber morgen soll, wenn alles gut läuft, richtig schön die Sonne scheinen. Und dann wird das, glaube ich, ein sehr nicer Sonnenaufgang und einfach ein sehr nicer Trip da oben. Unser Ziel ist wie aus dem vorletzten Vlog, die Bleispitze. Die ist da oben. Man sieht ganz leicht das Gipfelkreuz in der Entfernung. Und da werden wir dann oben zelten. Ich schätze mal, es wird so bis minus 7, minus 8 Grad gehen. Aber wir sind gut ausgestattet. Und Olli, hast du Bock? Ja, richtig Bock. Guck mal, es funktioniert. Ja, eine Grip hat man auf jeden Fall. Ich habe eigentlich auch nur einfach Bock mit den Schneeschuhen zu laufen. Und wir werden jetzt mal endlich nach oben laufen. Jetzt kommt der steile Part. Ja, erst geht es durch den Wald. Und dann wieder raus aus dem Wald. Boah. Was ist das denn? Kein geiler... Boah, scheiße, Alter. Was ist das denn? Marc, was machst du denn hier? Oh, ich habe Schnee im Arsch. Gerade noch gelobt die Dinger und jetzt nicht mehr so geil, wa? Also man sinkt doch jetzt hier schon ganz gut ein mit den Schuhen. Man muss echt in diesen Skispuren bleiben, weil der Schnee ist dafür echt nicht optimal. Der ist weich, hart und rutschig. Ist nicht so ein geiler Tiefschnee, wo man irgendwie auf dem Boden aufkommt und dann da sich Spuren macht. Man rutscht. Sobald man von den harten, eingefahrenen Skispuren runter geht, sinkt man direkt ein. Mal sehen, wie er ist Meister. Wieder runter. Sehr schön. Da sind wir hier. Ich hoffe mal, es wird jetzt besser. Ja, hoffentlich. Bock auf Pfannkuchen? Auf jeden Fall. Wir gönnen unsere Essenstüte. Und hier sind auch geile Pfannkuchen von heute Morgen drin. Der Himmel sieht gerade richtig schön hinter dir aus, man. Ich bin schön. Jetzt. Ein paar Sachen schlägt. Sind gut hart. Guck ihn dir an. Geil. Gefüllt mit Aprikose, glaube ich. Da brauchst du ihn nicht mehr. Oh, das tut gut. Man hört auf einmal wieder was. So, wir haben jetzt ziemlich genau ein Drittel des Weges geschafft. Sind durch mit unserer Pause und werden uns jetzt auf den Weg begeben. Jetzt richtig schön Meter zu machen, eine ordentliche Strecke zurückzulegen. Nicht viel Pausen machen, um dann rechtzeitig oben zu sein. Olli, war dir auch alles gut? Was? War dir auch alles gut da hinten? Bei mir alles tippitoppi. Auch wenn du überhaupt nicht in meiner Richtung filmst. Da oben ist unser Ziel. Ne, warte mal, es ist da. Ne, da. Da oben ist der Gipfel. Und wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Aber läuft super, wa? Läuft super. Also der Weg läuft sich im Großen und Ganzen echt sehr angenehm. Ab und zu mal Stellen, wo man sehr viel einsinkt. Aber wir haben das Glück, dass hier die ganzen Skitouring-Spuren hoch den Berg gehen. Und die haben eine ganz gute feste Fläche. Da sackt man nicht so viel ein. Irgendwo da unten sind wir gestartet. Ich brauche auf jeden Fall meine nächste Pause. Olli, gib mal ein Update. Die Kräfte nähern sich langsam dem Ende und der Berg wird steiler. Schwierig zu beschreiben, aber ich fühle mich gerade ein bisschen so, als wenn ich im Fitnessstudio wäre. Und ich eigentlich schon meine Sätze durch habe, aber ich noch angeschrien werde, dass ich weiter kann. Und nochmal schlimmer. Ja, wir sind hier beide schon ordentlich am Kämpfen. Es zieht sich das letzte Stück. Wir sind so gut wie da. Aber es ist trotzdem nochmal ein sehr steiles Stück, was wir schaffen müssen. Was wir auch schaffen werden. Da oben ist der Gipfel und hier ist ein Stück weiter rechts. Wir sind die Seite hoch und jetzt sehen wir das erste Mal die andere Seite vom Berg. Und es ist sehr, sehr wendig. Da drüben ist die Zugschwitze. Hängt in der Wolke. Da oben. Das nächste Ziel. Da machen wir erst die nächste Pause, ja? Ah, Alter. Ja, Mann. Oh, nö. Oh. Oh, nö. Oh, nö. Oh. Oh, nö. Vielleicht unseren... Wir haben jetzt vielleicht unseren alternativen Zeltspot gefunden. Oh, nö. Ich glaube das war die strengste Reise meines Lebens. Was war es nochmal lauter? Ich glaube das war die anstrengendste Reise meines Lebens. Hört sich doch gut an. So, wir haben gerade beschlossen, das hier wird unser Zeltspot. Ist eigentlich sehr sehr geil. Aber als erstes wird jetzt erstmal umgezogen, damit wir hier nicht auskühlen. Und dann wird ein Zelt aufgebaut und dann wird glaube ich was leckeres gegessen. Spaghetti mit Pesto. Pesto irgendwas. Spaghetti. We made it. Müssen wir nochmal stage'n? Für sich wohl. We made it. Endlich. Das tut gut. Es tut unglaublich gut. Boah sieht auch echt schön aus mit dem Setting da hinten. Ja. Die Berge. Wenn ich das letzte mal so schöne weiße Berge gesehen habe. Ja. Zwar alles grau, aber es sieht trotzdem geil aus. Moin. Zelt auf Bauteilmaps. Ich probiere doch die letzten jährigen Reise wegen aus. Der Boden ist kaum dazu gefahren. Das ist ein Kampf. Es ist einfach nur ein Kampf. Voila. Da. Das Zelt steht. Wir haben safe anderthalb Stunden oder so gebraucht jetzt um das Zelt aufzubauen. Weil der Boden komplett vereist ist. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich habe extra so Dreheringe aber und extra dick. Aber die kriegt man kaum in den Boden rein. Wir haben das Zelt jetzt noch zusätzlich mit so Seilen gesichert an den Steinen. Sieht alles sehr stabil aus. Heute Klappen. Schon alles eingerichtet. Ähm. Ja. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall endlich mal warme Sachen anziehen. Es wird echt frisch und es ist sehr mäßig windig die ganze Zeit. Ähm. Ja. Und dann werden wir dann lecker einen Tee machen und dann endlich Spaghetti essen. Ich freh mir absolut die Finger gerade ab beim Drohne fliegen. Und mein Handy ist ausgegangen. Und der Himmel ist komplett geil gerade überall. Und jetzt glaube ich. Schaut euch diesen geilen Himmel hier an. Hier schläft gerade ein Akku nach dem anderen. Mein Handy ist einfach ausgegangen mit 50%. Ich kann keine Drohne fliegen. Meine Hände sind komplett tot. Ich kann die Kamera eigentlich gar nicht halten. Aber es muss. Boah. Aber schaut euch einfach diesen geilen Himmel an. Boah. Es ist so kalt. Es ist eigentlich nur kalt an den Zehen und an den Fingern. Weil ich habe so viele Lagen Sachen an. Da ist alles entspannt. Ich habe Skiunterwäsche zweimal. Oben unten. Oben unten. Darüber ein T-Shirt. Dann zwei Fleecejacken. Dann eine Daunenjacke. Und dann die Jacke. Und dann habe ich eine Thermohose und eine Skihose oben drüber. und zweite Gesong an. Also am Körper ist mir gut warm. Aufwindprogramm. Jetzt gibt es erstmal originale Pesto mit Pasta. Das ist geil. Beim Zelt ist es so angenehm. Da ist einfach kein Wind. Ja. Dieser Wind ist so eklig kalt. Lecker Spaghetti. Ja. Bolognese hier auf dem Gipfel. Boah. Gönnt euch diese armen Spaghetti. Tief. Besser im Ausblick. Ja man. Ausblick ist eigentlich ja. Oh doch. Ist aber geil. Schön hell noch. Ja. Aber die müssen jetzt schnell essen. Weil sonst werden sie kalt. Ja. Auch bessere Schuhe. Wir sind auf jeden Fall gut satt. Wir sind eingerichtet hier drin. Wir werden uns so langsam glaube ich hinlegen. Um dann zu schlafen. 19 Uhr 8 ist es gerade. Ja. Und dann wie immer. Um 1 Uhr, 2 Uhr nachts aufstehen für den Sternenhimmel. Bis jetzt sieht das Wetter super aus. Ja. Genau. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal schlafen gehen. Gute Nacht. Ja. Kein Sternenhimmel. Mission failed. Mission failed. Mission failed failed next time. Ja genau. Sehr steinig hier. Ich hab auch optimal geschlafen hier. Meine Isomatte verliert einfach Luft über die Zeit. Ich hab eigentlich keine Luft mehr drinne. Also keine Isolation zum Boden. Und dann sitzt sich auch gerade auf einem Stein. Genau. Wir haben heute Nacht geguckt wegen Sternenhimmel. Aber es war einfach kein einziger Stern zu sehen. Es ist komplett zugezogen mit Wolken. Ja. Aber wir sind jetzt wach und werden uns mal angucken, wie der Sonnenlaufgang aussieht. Ja. Und da klingelt perfekt auch nochmal der Wecker. Man sieht hier oben richtig geil den Mond. Und ich stehe noch halb in meinem Schlafsack drin. Sehr sehr kalt. Ja. Aber es ist nicht windig. Ja. 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 Guten Morgen. Ich bin aufgestaut aus dem Zentr heißt. Olli kommt auch gleich raus und ich muss mir jetzt mal ein bisschen die Füße warm laufen. Die sind komplett Eisklumpen. Die Schuhe sind nicht wirklich getrocknet über Nacht. Das ist wirklich, das sind einfach nur Eisklumpen. Aber das ist sehr, wo ist die Hand? Da, sehr geiler Sonnenaufgang glaube ich. Also farblich richtig schön. Da drüben. Da, da steht das Zelt. Da guckt Olli auch gerade raus. Schön an so einer kleinen Felskante und dann mit dem Ausblick Richtung Sonne. Also richtig geil. In die andere Richtung auch. Sehr nice. Da oben der Mond. Also wirklich Bombenwetter mit dem ganzen Schnee hier. Bis auf die Kälte. Aber das gehört ja dazu bei Schnee. Nee, aber Kälte geht richtig fit. Ich muss auf jeden Fall zum nächsten Mal irgendwas überlegen. Was haben wir mit den, um die Füße besser warm zu halten. Ich habe zwei Paar Socken an. Ein paar dicke Socken und ein paar Wandersocken. Aber reicht einfach nicht. Und ich brauche irgendwas, womit ich die Schuhe über Nacht im Zelt trocken kriege. Oder dass die ein bisschen wärmer bleiben. Ich glaube, ich hätte die irgendwie anders im Zelt hinstellen können. Dann wäre da ein bisschen wärmer angekommen. Ja. So. Ich bin wieder auf dem Weg. Zu einer kleinen Solo-Mission. Um den Gipfel doch noch zu erreichen. Boah. Kein einfacher Weg. Steil. Und mein Ziel ist irgendwo da oben. Sollte nicht so weit sein. Alter. Schaut euch diese Aussicht an. Und diese Sonne. Oh mein Gott. Da ist das Kreuz. Oh, geil. Also das steht aber auch nicht ohne. Oh, ist das ein Feeling hier oben. Geschafft. Da hinten ist die Zugspitze übrigens. Da wo diese Wolken gerade drin hängt genau in der Gondel oben dringend. Also da in der Liftstation. Ja. Und das da unten vor der Zugspitze ist Erwald. Und wir haben hier einen der weißesten Berge. Obwohl die sind alle eigentlich relativ weiß. Genau. Aber wir haben halt einen sehr weißen Berg hier. Das war so anstrengend hier hoch. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Es sieht so heftig geil hier oben aus. Dieses Schneekann da einfach. Und hier ist alles voller Schnee. Das ist einfach eine Ebene. Als ich das vor dem vorletzte Block hier oben war, war hier überhaupt kein Schnee. Und alles voller Steine. Aber so ist krass. Ist auf jeden Fall. Mit der Sonne hier hoch. Das ist ein Vibe. Das ist geil. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Ein bisschen chillen. Ein bisschen was trinken. Ich bin... Mein Mund ist so trocken. Ich habe noch nichts gegessen. Es ist 8 Uhr morgens oder so. Ja. Ein bisschen Zehen aufwärmen. Aber es wird. Funktioniert. Meine Zehen tauen gerade so langsam wieder richtig schön auf. Das fühlt sich so gut an. Ich habe gerade einen Riegel gefrühstückt. Und ich bin gerade einfach nur am Chillen. Es ist sooo schön. Wirklich. Es ist jedes Mal. Es ist einfach immer geil. Egal. Scheiß drauf. Der letzte Trip mit Emil waren wir komplett in der Wolke. War auch einfach geil. Diese Erfahrung einfach. Und dieses Gefühl hier oben auf dem Berg. Hier so... Oh. Wetter. Mein Pickel. Ja. Ignoriert den Pickel einfach. Der ist aufgeplatzt. Genauso wie meine Finger. Ist zu arschkalt. Diese Trips auf die Berge. Genau wie der letzte Trip mit Emil auch. Die sind einfach jedes Mal so geil. Egal welches Wetter. Einfach diese Erfahrung und diese Anstrengung, die man diesen Weg hier hoch geht. Und dann dieses Gefühl endlich hier oben zu stehen oder zu sitzen. Es ist einfach unbeschreiblich. Es ist so geil. Es ist einfach wirklich so nice. Aber ich glaube, das hat man auch in allen anderen Videos gemerkt, dass ich das ultra geil finde. Aber ich genieße es einfach hier oben so. Diese Ruhe ist krass. Das einzige, was man ab und zu mal hört, also jetzt gerade ist wirklich komplett windstill. So eine leichte Brise, aber 0,05 kmh vielleicht. Das einzige, was man ab und zu mal hört, sind die Flugzeuge. So in der Ferne. Aber ansonsten hört man hier wirklich nichts. Und wenn man halt so früh hier hoch geht, ist man auch ganz alleine. Oh, ist das schön. Oh, ich will hier ewig bleiben. Geil. Ich könnte hier schlafen. Geil. Ja. 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 Hier oben ist sehr sehr geil, das war nochmal ein echt krasses Stück nach oben, also es war gut, dass wir es gestern nicht gemacht haben, sehr sehr steil auch, hier oben ist komplett so Schnee, Zelten wäre hier wahrscheinlich eh schwierig gewesen, ich weiß nicht wieso, es ist halt so Eis und Schnee, ich weiß nicht, wie da die Zelthaken drin gehalten haben, aber es ist alles eine Ebene. So, ich habe genug gechillt, ich habe meine Sachen schon zusammengepackt und werde mich jetzt wieder auf den Weg zu Oli begeben und dann werden wir sehr wahrscheinlich bald wieder nach unten gehen, leider, aber Junge, war das geil. Während Marc gerade oben auf dem Gipfel ist, versuche ich hier nochmal ein bisschen meine Schuhe und alles mögliche, ein bisschen aufzuwärmen. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile drei Lagen Socken an, einmal Wandersocken, einmal Skisocken und einmal noch so Wollskisocken, in der Hoffnung, dass die Restfeuchte von den Wollsocken noch ein bisschen aufgesorgt wird, sodass ich die dann nachher ausziehen kann, aber dafür einen trockenen Schuh habe. Und ja, was aber schon mal deutlich geiler ist als gestern, ist die Sonne, hundertprozentig. Also es macht wirklich so einen enormen Unterschied, wie viel wärmer es ist, vor allem, weil jetzt auch fast gar kein Wind eigentlich gar kein Wind ist. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es wirklich so einen großen Unterschied macht. Ja, ich bin mal gespannt. Marc wird wahrscheinlich gleich zurückkommen. Dann werde ich hier meine Tele-Linse. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht, aber das schöne Prachtstück, was ich mit nach oben geschleppt habe, nochmal ein bisschen verwenden, damit es nicht mit umsonst nach oben geschleppt wurde. Moin. Moin, wie war's? Also das war richtig geil oben. Das war wirklich nice. Ich weiß, es sieht nicht so viel anders aus, als hier unten, aber einfach so auf der Spitze zu sein ist, ist so geil. Dieser Weg hier runter, also der Weg auch runter ist auch nicht einfach. Fühlt sich so weird, als wenn man so unnormal viel Grip hat. Irgendwann hat man aber keinen Grip, aber ja, war sehr geil, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kurze Demonstration, wie viel Schnee hier liegt. Habe ich gestern bei Zufall festgestellt. Ja, ein guter Meter, ein bisschen mehr als Meter, würde ich sagen. Ja. Ja, ein guter Meter. Ja, ein guter Meter. Ja, ein guter Meter. Ja. Ja, ein guter Meter. Ja, ein guter Meter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020